Sollte ich das Gummiviereck verfehlen und ins Wasser stürzen, wäre alles vorbei, sagt mir mein Unterbewusstsein. Etwas in mir weigert sich, die München zu verlassen. Was noch niemand wissen kann, als die Insel entlang der Bordwand schrammte, riss der Boden auf. In den nächsten Stunden sitzen die Männer im eiskalten Wasser. Stunden später können nur drei von dreizehn lebend geborgen werden. Während ich auf Strümpfen Richtung Brücke balanciere, die Seestiefel hatte ich ausgezogen, um besseren Halt zu bekommen, kommt es auf einem Schlauchboot zu einem Drama, als einer der Matrosen ins Wasser stürzt und die anderen versuchen, ihn an Bord zu ziehen. Sie verlieren das Gleichgewicht und das kleine Boot kentert. Niemand überlebt. Auf allen Vieren krabbele ich über die München, die nun ganz auf der Seite treibt. Weiter oben muss sich noch eine Rettungsinsel befinden, die wir in Bremerhaven aufnahmen. Es sind nur noch wenige Männer an Bord, darunter Kapitän Trodler und zwei Offiziere. Die Insel ist für zehn Schiffbrüchige geeignet. Elf Männer steigen ein. Eine große Welle trägt uns fort. Wir beobachten eine schreckliche Szene. Joachim Geißler, der Funker, ist noch an Bord, weil er bis zur letzten Sekunde versuchte, Hilfe herbeizurufen. Am Ende muss er brusthoch im Wasser gestanden haben. Er trägt seine Rettungsweste in der Hand. Er hatte keine Zeit, sie anzulegen, als er ins Wasser stürzte. Wir versuchen zu ihm hinzurudern, doch die Insel dreht sich im Kreis und bewegt sich keinen Meter. Geißler, 40, ein freundlicher, humorvoller Mann aus Cuxhaven, Vater von fünf Kindern, wird nicht gefunden.